Gesund und krank Ich bin gesund Ich bin krank Both of the nouns are feminine Die Gesundheit Die Krankheit When speaking of foods, drinks, lifestyle and so on, then the antonym for gesund ist ungesund. Das ist gesund Das ist ungesund Basic Sentences Ich bin gesund Ich bin krank Ich bin nicht gesund Ich bin nicht krank Basic Question Bist du wieder gesund? Bist du krank? Kontext Morgen bin ich bestimmt wieder gesund Eine gesunde Ernährung ist wichtig Er hatte sich gestern krank gestellt Er hat einen ungesunden Lebensstil Comparative Gesünder Kränker Ungesünder Er ist noch kränker als du Sein Abendessen ist gesünder als deins Sein Abendessen ist ungesünder als deins Superlative Am gesündesten Am kränksten Am ungesündesten Sie war die kränkste Person im Krankenhaus Das ist der gesündeste Weg Das ist der ungesündeste Weg Das ist der ungesündeste Weg sich bestätigst Ancional Es ist der ungesündeste Weg